Ich lerne Deutsch. Nummer 14.240 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Erholung ist eine Reise zu sich selbst. Entdecke deine inneren Bedürfnisse und gib ihnen Raum. Entdecke deine inneren Bedürfnisse und gib ihnen Raum. Die mangelhafte Verpackung führte zu Schäden am Produkt. Die mangelhafte Verpackung führte zu Schäden am Produkt. Betont, dass die Verpackung nicht ausreichend schützend oder robust war, was zu Schäden führte. Als Influencerin ist es wichtig, eine authentische Verbindung zu den Followern aufzubauen und echte Beziehungen zu pflegen. Als Influencerin ist es wichtig, eine authentische Verbindung zu den Followern aufzubauen und echte Beziehungen zu pflegen. Ich mag das nicht. Für mich kommt das nicht in Frage. Das ist inakzeptabel. Ich mag das nicht. Für mich kommt das nicht in Frage. Das ist inakzeptabel. Das Spiel beginnt in einer Minute. Heute gibt es italienische Pasta mit Erbsen. Heute gibt es italienische Pasta mit Erbsen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.